Xplover X5, der weltweit erste Fahrradcomputer mit Videoaufnahme. Willkommen bei der Verwendung des Xplover X5. Bitte richten Sie den X5 wie folgt ein. Halten Sie zunächst die Ein-Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie die Sprache aus. Wählen Sie die Zeitzone aus. Wählen Sie die Einheit aus. Wählen Sie WLAN oder 3G aus. Jetzt ist die Einrichtung abgeschlossen. Erstellen eines neuen Kontos und verbinden der drahtlosen Sensoren. Besuchen Sie Xplover.com oder laden Sie die Moment App herunter, um sich anzumelden. Melden Sie sich an. So verbinden Sie Ihre drahtlosen Sensoren. Wischen Sie von oben nach unten oder halten Sie die Mode-Taste lang gedrückt, um das Schnellmenü zu öffnen. Tippen Sie auf Einstellungen. Tippen Sie auf drahtlose Sensoren, um Ihren Pulsgurt oder andere Sensoren zu verbinden. Kehren Sie zur vorherigen Seite zurück und tippen Sie auf Mein Fahrrad. Es wird eine Liste von Sensoren angezeigt. Tippen Sie auf die Sensoren, die Sie verbinden möchten. Als nächstes stellen wir Ihnen die drei Modi des X5 vor. Fahrradcomputermodus, Navigationsmodus, Trainingsmodus, Fahrradcomputermodus. Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Trittfrequenz und andere Daten werden auf der Dashboard-Oberfläche angezeigt. Blättern Sie nach oben oder unten, um die Daten im Rasterformat anzuzeigen. Sie können den Bildschirm anpassen, indem Sie das Schnellmenü zur Geräteeinrichtung öffnen. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr bevorzugtes Layout festzulegen. Navigationsmodus Wischen Sie nach links, um den Navigationsmodus zu öffnen. Die Funktion Smart Sign Guidance, die Sie beim Planen der Route unter explore.com einrichten, stellt Ihnen genaue Richtungsangaben an jeder Abzweigung Ihrer Route bereit. Trainingsmodus Wischen Sie nach links, um den Trainingsmodus zu öffnen. Mit den auf dem Bildschirm angezeigten Daten haben Sie Ihre Fahrraddaten immer im Blick und können Ihre Fahrweise gegebenenfalls anpassen, um eine bessere Leistung zu erreichen. Anzeigen Ihre Aktivitäten in Ihrem Profil Von oben nach unten Sehen Sie Ihre Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Videos und so weiter in jedem hochgeladenen Aktivitätsprotokoll. Sie können Ihre Aufzeichnungen oder Videos auch auf Facebook teilen. BikeMyMoment EXPLORER Amnig Diese Seite sind gerade in jedem hochgeladenen Aktivitätsprotokoll.com Sehen Sie Ihre Aufzeichnen. Amnigjägige